Liebe Mitglieder des Wirtschaftsbeirates Bayern, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz ganz herzlich heute zur Generalversammlung des Wirtschaftsbeirates Bayern willkommen heißen. Wir werden an Ihrer Seite stehen, wir werden weiter dabei sein, wir geben denen Halt und Haltung, die gerade in dieser Phase ums Überleben kämpfen. Wenn wir mit einer Stimme sprechen, das ist, was ich mir von der Europäischen Union erwünsche und erhoffe. Die Quantentechnologie wird eine der nächsten großen Sprünge mit der künstlichen Intelligenz sein, die unsere Innovation, Digitalisierung und Wirtschaftskraft vorantreiben wird. Ja, eine großartige Veranstaltung, die wir heute hier erlebt haben bisher. Vielen Dank! Vielen Dank.